Respimax ist ein speziell entwickeltes Augenleserprofil, welches zur Korrektur der Alterssichtigkeit verwendet wird. Durch Anwendung dieses Profils sehen die Patienten ohne Brille sowohl in der Ferne wie auch in der Nähe, welches zu einer erhöhten Sehqualität und Lebensqualität führt. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbstevaluationstest auf unserer Seite durchzuführen. Durch diesen Test können Sie grob herausfinden, ob Sie für eine Augenleserbehandlung geeignet sind und dann natürlich auch, wenn Sie für eine Augenleserbehandlung geeignet sind, welche Methode das sein könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017